Kurz vor der Sendung wird nun noch ein Bewohner, der einziehen wird, bekannt gegeben, Frank Stäbler. Und da fragt sich der interessierte Trash-TV-Zuschauer, wer zum Teufel ist das denn? Es handelt sich dabei um einen Sportler. Und das bedeutet natürlich, A, Sportler gibt es in Deutschland gefühlt eine Quadriaden, weil es gibt ja allen möglichen olympischen Mist und wo zig Sportler antreten, wo nie ein Mensch den Namen gehört hat. Und das ist einer davon, das ist ein Ringer. Also muss man nicht kennen, will man nicht kennen und wahrscheinlich wird der im Haus langweilig sein.